Ich wollte noch über ein wichtiges Thema reden, weil es in dieser Sache sehr viel Fitna momentan gibt und das hat etwas mit Tag 4 zu tun. Es gibt manche Leute, die absolut keinen Plan von der Welt haben und absoluten Schwachsinn erzählen und dann gibt es andere Leute, die Ahnung haben, aber leider in dem Thema sehr unatäriert an die Sache rangehen. Und es kann eigentlich niemals sein, dass man über so ein Thema redet, gerade auch in der heutigen Zeit, wo so eine Fitna ist und wo der Prophet, a.s.w. sagt, Wenn jemand zu seinem Bruder sagt, oh du Käfer, dann wird einer davon getroffen. Wenn es ist, wie er sagt, ansonsten kehrt es zu ihm zurück. Das heißt, du musst vorsichtig sein, wenn du zum Käfer erklärst. Das ist etwas, was Allah und sein Gesandter sagen. Und hier ist etwas, was leider einige Leute nicht richtig kapiert haben oder nicht richtig verstehen wollen. Und das ist halt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem Tag 4 Mutlak und Tag 4 Muayen. Tag 4 Mutlak heißt, du sagst zum Beispiel, wer diese Sache sagt, der ist Käfer. Wer diese Sache sagt, der ist ein Käfer. Oder wer diese Sache macht, ist Käfer. Oder wer dieses oder jenes glaubt, ist Käfer. Weil man kann Käfer werden in vier Arten von Sachen. Erstens, Ertikat, der Glaube. Zweitens, die Tat. Drittens, Wort. Viertens, Scheck. Zweifel. Viertens, Zweifel. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, der Kuffer ist nur im Herzen. Es gibt einige Taten. Und natürlich, das Herz ist die Grundlage des Kuffers. Und wir sind keine Murjah. Wir sagen nicht, Kuffer ist nur, wenn du sagst Halal. Er ist kaum Murjah, wenn du sagst, wenn du ist die Halal machst von einer Tat. Weil ansonsten würdest du sagen, jemand, der betet die Götze und sagt, ja, aber ist Haram, was ich mache. Egal, ob er sagt, das ist Haram. Iblis, Iblis, der weiß, dass Allah die Wahrheit hat, aber er akzeptiert es nicht. Er sagt, nein, ich habe, das ist falsch. Warum, warum, warum soll ich, warum soll ich zu Jud machen? Der ist nicht, der ist nicht zum Käfer geworden. Das verstehen einige Leute nicht. Einige Leute nicht. Auch einige Leute, die, die Vorträge machen, nicht. Der ist nicht Käfer geworden, weil er keinen zu Jud gemacht hat. Sonst würde jeder, der einmal keinen zu Jud macht, würde er zum Käfer werden. Sondern er ist Käfer geworden, weil er den Befehl Allahs nicht akzeptiert hat. Weil er gesagt hat, sinngemäß, warum soll ich von dem zu Jud machen? Du hast den aus, er hat mich aus Feuer, ich bin besser. Der hat den Befehl Allahs nicht akzeptiert. Das war sein Fehler. Und hier ist halt der große Unterschied, und das ist das halt, was einige Leute nicht kapieren. Aber wenn man dann davon redet, dass man vorsichtig sein muss, dann erzählen die, man philosophiert. Und ich wollte nur mal kurz hier, Cheol Islam im Temer nehmen. Wollte ich mal fragen, ob der auch am Philosophieren ist. Oder ob er auch so ist. Das heißt, subhanallah, du bringst der Ummah eine Sache bei. Du warnst ihn vor einer großen Sünde, dass die Leute zum Käfer erklären. Gerade bei der Fitna, die wir in der heutigen Zeit haben. Wo Leute den Imam von der Moschee zum Käfer erklären, weil er sagt, ja, die Jugend soll wählen gehen. Kennen zum Käfer. Haben keine Ahnung von Mawani, keine Ahnung von Schurud. Das ist das, was die Gelehrten überall erzählt haben. Überall erwähnt haben, in den Büchern, von den großen Gelehrten. Da sagen die, er ist am Philosophieren, was erzählen die für einen Schwachsinn. Das zeigt entweder, dass die Leute die Ummah in die Irre führen wollen. Oder dass sie keinen Plan haben. Hier, bitteschön. Cheol Islam im Temer. Das ist bei mir Band 2. Er redet. Was sagt er? Es ist richtig, dass die gesagt haben, wer das und das, das ist Salaf. Und ja immer. Das sagt Cheikh, das haben wir die Themen hier. Dass die gesagt haben, wer das sagt, ist Käfer. Aber es ist wichtig, sagt das hier. Pflicht, einen Unterschied zu machen zwischen Etlaq und Ta'in. Was heißt Ta'in? Das heißt, diese oder jene Person ist Käfer. Wir kommen gleich weiter darauf. Dann sagt er, Warum? Dann erzählt er zum Beispiel eine. Jetzt erzählt er zum Beispiel eine, gibt er ein Beispiel. Der bringt ein Beispiel. Das ist nicht das einzige Beispiel. Er sagt, vielleicht ist ein Mensch, der sagt etwas, was Kuffer ist, aber der ist gerade neu im Islam drin. Zum Beispiel. Oder Und Und Bis man ihm die Hucja gegeben hat, dass man ihm die Sache erklärt hat, was im Koran steht. Und kann sein, dass jemand diesen Nussuss nicht gehört hat. Von der einen oder anderen Sache. Kannst du ihn dann zum Käfer geben. Vielleicht hat er es nicht mitbekommen. Vielleicht hat er es angesprochen, aber trotzdem nicht mitbekommen. Und dann erzählt er weiter. Dann sagt er weiter nachher. Dann erzählt er die Geschichte von dem Mann, der gesagt hat, wenn ich tot bin, dann verbrennt mich. Und weil Allah, der wird mich bestrafen wie keinen anderen. Verbrennt mich und verteilt meine Asche im Wind und im Meer. Weil wenn Allah mich zusammenbringt, der wird mich verabrennen. Das heißt, der hat gedacht, wenn er verbrannt wird, seine Asche, kann Allah ihn nicht bestrafen. Was hat er gehabt? Der hatte Zweifel an der Kudra von Allah. Und dann hat Allah ihn auferweckt und zusammengebracht. Und dann hat er gesagt, Was hat dich dazu gebracht? Da sagt er, Die Angst vor dir. Und Allah hat ihm vergeben. Obwohl der Zweifel an der Fähigkeit Allahs hatte. Wegen seiner Unwissenheit. Das ist ein Beispiel. Ein Beispiel. Und jetzt sagt er im Thema Ende. Weil du hast da so einige Volldeppen gesehen. Auf YouTube. Die sagen, Ja logisch. War schon bei den Tabi'in so gewesen. War schon bei den Tabi'in so gewesen. Die machen ein Video über Mawani und Takfir. Da schreiben die Manawe. Die wissen noch nicht mal, wie das ausgesprochen wird. Manawe. Schreiben die Aschat Mawani. Manawe. Was ist das? Was will das bedeuten? Ja, ja. Manawe. Mawani. Manawe. Und das schreiben die auch noch. Und das wiederholt in dem Video zehnmal. Wiederholt er das. Ta'wil ist nicht davon. Hier war Satscheel Islam im Thema. Ja. Und der Muta'awil, der einen Text falsch verstanden hat. Ja. Von dem Gesandten Allahs und so weiter. Der hat erst recht durch diesen. Der. Er ist recht. Er sagt, guck mal, der die Summa praktizieren will und so weiter. Er hat einen Text falsch verstanden. Dann ist der erst recht berechtigt dazu. Sozusagen eine Entschuldigung zu haben. In diesem Bereich. Dass er nicht zum Käfer erklärt wird, wenn er beispielsweise so eine Sache macht. Und wir haben die Sache von den Tabi'in. Tabi'in gab es welche, die den Koranvers verstanden haben, dass Alkohol erlaubt ist für die Muqminun, nur verboten ist für die Kufar. So haben die den Koranvers verstanden. Haben die die zuvor zum Käfer erklärt? Nein. Weil die versucht haben, Koran und Sunna zu folgen. So. Jetzt sagst du heute bei einigen Unwissenden, sagst du, gehst du diese Taktik durch. Und du machst das nicht nur bei irgendwie dem Kleinen, du machst es auch bei dem Großen. Zum Beispiel bei dem König so und so. Sagst du, bevor wir denen zum Käfer erklären, wenn er großen Kufar gemacht hat, wenn er großen Kufar gemacht hat, Punkt eins, müssen wir erstmal gucken, sind die Mawane erfüllt? Sind die Shurud erfüllt? Das heißt, hat er in die Fleischern eine Ausrede? Ajz. Unfähigkeit, ein Hukum durchzusetzen. Zum Beispiel, der Präsident jetzt von der Türkei, Präsident ist von der Türkei, der sagt, für mich das beste Gesetz ist Scharia. Und das ist falsch, was ich mache. Aber ich bin nur hier an der Macht, damit ich den Muslimen helfen kann. Weil wenn andere hier an die Macht kommen, dann werden die vielleicht die Sachen noch erschweren. Der ist jetzt dabei, dass Kopfdruck wieder an Universitäten usw. laufen. Jetzt gehen die Leute aber hin und sagen, ja, ja, aber da hat er dies gemacht, da hat er das gemacht, da hat er das gemacht. Daran siehst du, das ist Medhab von Chawarich. Die Gläubigen, die suchen immer nach der Ausrede für jemanden. Aber die Chawarich, die gucken gar nicht. Mawane usw. Das ist eine Eigenschaft von Chawarich, dass du jemanden siehst, über die der Prophet gesagt hat, die Höllenhunde. Wenn du jemanden siehst, der Tag 4 macht, ich sage nicht Chawarich, weil Chawarich, die haben noch andere Sachen, die voll daneben sind, wie Leugnung von den meisten Texten, der Sunnah, Sifat-Probleme und alles drum und dran. Die haben richtig viele Probleme. Das möchte ich mal zusagen. Aber eine Eigenschaft, dass du jemanden siehst, der diese K.A. dann nicht anwendet. Und der sagt über irgendjemanden, den er gar nicht kennt, seine Situation, die er gar nicht kennt, sagt er, der ist K.A. 4. Punkt. Die sind alle Kuffar. Das Eigenschaft von Chawarich ist das. Ganz klar. Eigenschaft von Chawarich. Das Beste sind jetzt die Wahlen. Das Beste sind jetzt die Wahlen gewesen. Wer zur Wahl geht, macht Schirk. Ja, wen hat er denn angebetet? Hat er die SPD angebetet oder was? Wen hat er angebetet? Kann mir mal einer erklären, wen er angebetet haben soll? Der hat gar keinen angebetet. Das ist ein falsches Verständnis von der Wahl. Das Problem ist hier nicht, es geht hier nicht darum, womit erlaubt ist zu richten. Das weiß jeder Muslim. Leute, das sind Leute, 100 Prozent, das kann ich dir sagen, viele von denen. Juhal, andere sind 100 Prozent, das nennt man Agent-provokant, nennt man das. Ja, die gucken, wie die Muslime reagieren. Ach, glaub es mir, du hast rausbekommen, die, die für den Verfassungsschutz gearbeitet haben, das waren die, die das Maul am größten aufgerissen haben. Von denen du es nie erwartest. Glaub es mir, von denen du es nie erwartest, der das Maul am größten, was wollen die sehen? Die wollen sehen, wie reagierst du? Ja, wie? Boah, guck mal, die Brüder in Afghanistan, da müssen wir hin, was machst du hier? Da, da. Ist doch klar, das wollen die ja sehen, die wollen doch sehen, wie reagieren die Leute. Bruder, hier die Oma, die ist durchsiebt vom Verfassungsschutz wie ein Schweizer Käse, mein Freund. Ist doch klar. Der kommt zu dir ins Auto, der steigt bei dir ins Auto ein, das haben mir Leute erzählt, der steigt zum Freund im Auto ein, das erste, womit der anfängt ist, ey, hast du das Video gesehen von Pierre Vogel über Terrorismus? Ey, wer hat denn gesagt, der soll über so ein Video, der soll über so was reden? Wie lange ist das schon? Verstehst du? Der kennt ihn gar nicht. Hallo? Kennt sie gar nicht? Du redest direkt über dieses Video? Hör mal. Warum? Der will sehen, wie du reagierst. Der will sehen, was du erzählst. Ist doch ganz klar.